Die ASEF ist für mich ein Geschäftsführerin ein Unternehmen, auf das ich extrem stolz bin. Es ist für mich Arbeit, die mir sehr viel Spaß macht. Die ASEF sind Ideen und Impulsgeber für die Community der Stadtwerke, die sich in einer ständig verändernden Energiewirtschaft vor neuen Herausforderungen sehen. Darum ist die ASEF eine wunderbare Community, um die Probleme der Zukunft anzugehen. Die ASEF ist eine interessante Plattform, um mit vielen anderen Stadtwerke-Kollegen tolle und spannende Gespräche zu führen. Ein absolut fairer und ehrlicher Fachaustausch unter gleichgesinnten Kollegen. Die ASEF ist für mich ein ideales Netzwerk, um meine vertrieblichen und marketingtechnischen Themen vorantreiben zu können und kann aber auch gleichsam, was sehr wichtig ist für mich, Dinge bei der ASEF einspeisen, einbringen, damit die ASEF die entsprechenden Produkte stricken kann, die uns Stadtwerken dann weiterhin im Vertrieb helfen. ASEF ist ein großer Mehrwert für die Stadtwerke. ASEF ist die einzige Möglichkeit für Stadtwerke, sich gemeinsam auf eine digitale Zukunft zu konzentrieren. ASEF ist Begeisterung für neue Themen und Ideen in der Energiewelt von morgen. ASEF ist begeisterung für die Stadtwerke, sich gemeinsam auf eine digitale Zukunft zu konzentrieren. ASEF ist begeisterung für die Stadtwerke, sich gemeinsam auf eine digitale Zukunft zu konzentrieren.